Liebe Demonstranten, liebe Demonstranten, wenn wir bei uns auf der Terrasse sitzen und ein Flugzeug über uns startet, müssen wir jede Unterhaltung sofort abbrechen. In manchen Gegenden, in manchen Gemeinden passiert es im Ein-Minuten-Takt. Wir wollen München heute zeigen, welchen Lärm wir ertragen müssen. Wir wollen München zeigen, zwei Reichen. Ich bitte euch, alles was ihr dabei habt, unterstützt euch beim Lärm. Und wir haben auch eine Unterstützung aus dem Lautsprecher. Ihr kennt das Geräusch sehr gut, das jetzt kommt. Wir zeigen das Geräusch auch mal München. Wir zeigen das Geräusch. Wir zeigen das Geräusch. Ich danke euch alle ganz herzlich, dass ihr am Samstag so früh aufgestanden seid, um uns zu unterstützen. Wir rufen München auf. Unterstützt uns im Kampf gegen die dritte Startbahn. Zeigt euch solidarisch mit uns in der Region. Auch München, auch Bayern braucht keine dritte Startbahn. Vielen Dank, einen schönen Nachhauseweg und ein schönes Wochenende.